Das ist Kupfer. Das ist wieder eins. Ich bin auch gefallen. Hammer. Könnte sein, dass er tot ist. Ist tot. Also muss man jetzt die Wand wieder aufbauen. Hab ich keine Ausdauer für. Aber das war ein Treffen von dem Viech, ne? Kannst du jetzt, hab ich keine Ausdauer für. Ja. Hast du einen Hammer da? Ja. Ich könnte ihn auch einbauen. Das ist Kupfer. Du hast sowieso keine Exotics gesehen. Ne, irgendwie nicht, ne? Ne. Das ist... horios. Steine brauchen wir zum... Steine haben wir ja. Ich kann auch nicht bauen. Da haben wir grad gebaut. Kann jemand mal Licht machen, damit ich was sehe? Wie bringt die Wand eh nicht mal davon abgesehen? Ja, die hat, äh... nicht eingekriegt, stimmt schon. Die Wand scheint doch nicht die Endlosung zu sein. Brauchst du jetzt die Türe ein, oder was? Ja, wollte ich eigentlich, aber geht nicht. Der Boden kollidiert, deswegen. Ich wollte gucken. Ah, ich stehe ja in dem... Detailfest. Ah, was ist das denn? Die Wand brennt. Und ich brenne auf. Ich sterbe jetzt wieder. Oh, ich war jetzt echt. Ich war jetzt echt. Ja, und da steht dafür, dass da jemand in die Türe macht. Da haben wir zwei Steine. Was machen wir denn jetzt? Mein Vater braucht noch die Exot-Takes. Ja, schon klar, aber... Also müssen wir da hinten noch ne Fackel bauen, damit wir was sehen. Dann muss mir jemand Licht machen. Ja, ich mach dir doch Licht. Ja, ich kam hier leider nicht durch. Ich wollte da durchgehen, aber ich kam nicht durch. Wo soll ich da Fackel bauen? Ja, da. Haben die Wiedner nichts zu halten. Soll dann jetzt nichts anbringen. Fasches Wetter kommen. Schnee. Irgendwas ist wiedergekommen. Rechts ist einer. Scheiße, ich häng. Mann. Ich stepp jetzt wieder. Wieso bin ich denn jetzt getroffen worden wieder? Weiß ich. Alter. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Jetzt ist es langsam unlustig. Hast du ihn gekillt? Ich habe minimalistisch nur noch Leben. Ich muss jetzt erstmal wieder Leben snacken. Ich weiß ja gar nicht, wie das Viech gerade ist. Da müsstest du nochmal eine Fackel hier vielleicht bauen. Rechts ist es. Vielleicht habe ich es doch getötet. Also ich kann eine Fackel setzen. Da ist es. Ist tot. Hier ist auch eins. Ich habe eine Idee. Wie sieht denn das Exotics aus? Lass mich vorgehen. Ich habe nur am meisten Lebenssynergie. Ich habe mir eine Menge Kupfer hier. Aber keine Exotics. Was ist das für ein Kack? Mir ist keine Exotics. Was ist das für ein Scheiße? Alter. kann doch nicht sein oder ist halt ärgerlich er hätte längst durch sein können ja das kannst du laut sagen das ist gold hier dass er das bei dir nicht anzeigen aber da müsste doch irgendwo ist oder noch was sein ja aber noch mal zurück und noch mal neu auf dem planeten bringt auch nicht doch das ganze auch machen dann müssen noch mal starten klacken ja oder du startest dann auch nicht wirklich viel dann musst du schon die mission das ist finde ich wieder mal also wir sind eigentlich sollte da oben in der ersten ecke da sollte eigentlich nur ruhe mit exotics sein wo wir eigentlich jetzt schon links wechseln ich verstehe das nicht dass das da nix war vielleicht ist das halt einfach wirklich nur das könnte auch noch sein ja bei dem war da vielleicht eine höhle und bei dir ist da halt keine höhle die phase fast vorbei das müsste ich eigentlich mal versuchen können raus zu gehen der bär ist auf jeden fall jetzt weit weg dann lass uns direkt wieder zurücklaufen aber was getrunken alle ja bist du noch da jetzt das ding nicht abbauen in der einen hülle war ja wasser ach so ja gut dann das ist für mich zu viel gewicht nachher okay dann lassen sehen ich will lieber noch was holz mit weil ich kann noch mal feuer machen ich hoffe ich nur dass uns jetzt nicht der bär von hier oben entgegen kommt jetzt sind noch da oben hin ja ja ich wollte wieder zurück also hier müsste jemand für mich abbauen ich kann nichts abbauen oh ja jetzt kriege ich nächste rote zeichen rote zeichen sind schlecht das stimmt wer ist jedenfalls nicht hier oben dann lass uns mal weiter gehen das wird nämlich fast schon wieder nacht also laufen kann ich auf keinen fall ich kann nur die ganze zeit gehen ich kann nicht mehr springen das heißt ich muss ausdrucken gehen das ist mir jetzt hier hoch wo du bist oder wo ja ja entweder rechte seite lang oder linke seite lang also ich kann nicht mehr laufen ich kann nur gehen ich versuche hier aufzuklären dass ich den bären vorher sehe ich kann auch nur so intervall lauf machen ich kann gar nicht mehr laufen ich kann wahrscheinlich gar nicht mal mehr schießen oder so Die ganze Zeit du alone, alone, du alone, ist ich schon da? Nein, noch nicht, ich sehe euch aber gar nicht, leider, ich sehe den Bär leider nicht, das Datum, das was mir ein bisschen Sorge macht, echt? Jetzt kann ich wieder fast nicht mehr laufen, das ist mir das selber. Wer kommt jetzt auf dich zu? Linke Seite vom... Okay. Ah ja, ich sehe ihn. Er kommt jetzt in eure Richtung, hat sich gedreht. Alles gut. Alles gut. Ich verstehe es auch nicht. Ich werde friere gleich. Sind wir denn fast an der Höhle, oder? Ich kann es nicht sagen, weil ich sehe euch ja nicht. Ach ja, jetzt haben wir ja wieder die Felsspalte. Ich kann gerade mal durch die Felsspalte laufen, ob da mal irgendwas ist. Alles schlecht, ich kann da nicht rüber sprengen. Ja, und ich habe keine Fackeln mehr. Das ist ja auch noch eine Spalte, vielleicht ist es ja hier. Ah, und ich bin tot. Warum? Das war zu tief. Ja, ich bin zu tief gefallen. Ja, dann können wir dich wahrscheinlich auch nicht mal wiederholen. Ja, ihr müsst halt am Rand mehr gehen und euch reinfallen lassen. Wo bist du denn? Ja, wenn ich mich so... Wo du bist, dann könnte ich dich hier führen, aber ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, ich habe nicht mal eine Fackel, deswegen... Also, Dirk ist an der Spalte dran, wo ich bin. Ja, das ist gut. Wo bist du denn reingesprungen? Ja, ich bin an der Spalte dran, wo du bist. Ja, Lea ist an der Spalte dran, wo du bist, wo ich bin. Ja, ihr. Ja, das ist leider nicht so gut auf der Karte zu erkennen. Ja, ich bin weiterhin. Ja, danke. Hast du eine Fackel? Ich nehme mich nicht. Ich habe eine Fackel. Ich habe eine Fackel, aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich wieder lebendig mache. Ich komme hier nur nicht weg, ist das Problem. Ich hänge hier irgendwie in der Grafik. Ja, rein! Ja, pass auf, ich bin direkt vor dem Bären. Glaube ich in die falsche Richtung, oder was? Ne. Ich bin schon weiter weg als ihr. Ich bin weg. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja. Ja, habe ich. Ich kann mich nicht mehr... Ach, ich habe ein Bein gebrochen. Und ich habe Übergewicht sehe ich gerade. Feiert es, ja. Ach, weil ich ja wegen dem Bein gebrochenen Bein nicht mal so viel tragen kann. Aha. Was gibt es bei mir nicht? Nein, das gibt es echt nicht. Kann jemand zu mir kommen? Ich habe keine Fackel. Ja, ich kann dir eine bauen. Aber du hast wahrscheinlich mehr Leben als ich. Ich habe Volles. Ja. Mach ich dir hier hin. Aha, das Holz. Ich habe jetzt das Holz abgeschmissen, damit ich mich wieder bewegen kann. Oh, das Wies ist wieder da. Super. Ja, ich kann mir helfen. Ne, geht so auch nicht. Da. Ich habe nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ist tot. So. Jetzt hast du hier wenigstens deine Ruhe. Oh, ich kann ja nur der Bär hier erwischen. Viel kann mir ja nicht passieren. Das stimmt. Ich werde jetzt auch gleich sterben. Ja, jetzt erfriere ich wieder. Ich auch. Hopp, da liege ich. Wo seid ihr denn? In der Höhle oder wo? Also ich bin in der Höhle und Alea ist zu dir. Okay. Ich habe schon mal Feuer angemacht. Ja. Wo scheiße laufen? Ah, da ist der Bär. Glaube ich. Jetzt kann ich wieder laufen. Ja, jetzt bin ich bei dir. Ja, jetzt bin ich bei dir. Ja, jetzt bin ich bei dir. Wie viel? Alea kriegt Schaden? Hier ist nix. Also die Karte stimmt nicht. Du vergisst doch mal die scheiß Höhle. Wir müssen zurück. Ja, ich höre mal auf dich. Ich komm. Ich muss nur die Spalte jetzt hier überspringen. Das Lagerfeuer ist auf jeden Fall an. Was einem wirklich zu schaffen macht, ist einfach diese knappe Ausdauer, die man hat. Alles der vor euch. Oh ja, ich sehe ihn. Er hat euch auch gesehen. Zurück, 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 zurück. Er hat euch schon gesehen. Ja, hat uns erwischt. Du bist auch tot, ne? Jetzt, ja. Sind immer alle tot. Die Pia, jay, Schweinebacke. Soll ich mich wieder beleben? Mhm. Auch wenns nicht wirklich Sinn ergibt. Auch besser, dass man deine Werte nicht sieht. Aber ist schon beschissen, dass das nicht funktioniert hat mit dem Wibor-Gamen, ne? Weil, was ja, was ja witzig ist, dass ich ja trotzdem alles habe, ne? Obwohl ich das Zeug ja nicht mehr drin hab. Mhm. Ja, weil du es halt reagiert hab aufs Abernten, ne? Jetzt gerade auszuhalten. Auf der, da müsstest du quasi direkt auf uns zu laufen. Und auf den Bären, ne? Ich guck grad. Ne, Bären kann ich keinen sehen. Immer noch nicht. Ich seh' dich aber laufen. Ja, den Bären seh' ich nicht. Wie viel du haben wir? Ed. Hör dich, lauf. Er ist da. Ach. Alles nehmen. Äh. Also, wiederbeleben. Ich hätte euch grad fast nackeschön machen. So, wo gehen wir hin? Warte. Ich esse und trinke grad mal. Ja, trinken kann ich nicht. Nur essen. Ich geh mal in die Richtung, wo da angeblich noch was sein soll. Ja, dann lass uns da hingehen. Wir dürfen halt nur nicht sterben. Was da gerade aus sieht, nur aus wie ne Höhle kann das sein. Kommst du da hin? Ja. Ja. Angeblich gibt es hier auf diesen Rad, der hier vorne ist. Da soll angeblich auch noch etwas liegen. Ja, da musst du aufpassen. Da ist ein Bärer längs. Ja. hier drauf was ja hier drauf soll angeblich etwas sein hier drauf oder hier drunter auf drunter drüber mittendrin hier drunter, weil oben drauf war nix das ist nichts Oxid Oxid ne hier ist nix, aber der Berg kommt jetzt auf uns zu Oxid das ist Oxid und hier drauf ist nix ja tja und ne Höhle gibt es ja auch nicht mehr nö das ist uncool ja weil dann hätten sie mehrere Höhlen damit ausstatten können, oder? ja vielleicht haben sie es geändert, ich weiß es nicht, also laut Beschreibung hätte da eigentlich auch was sein sollen also es... die Lösung ist offensichtlich überhaupt nicht hilfreich hat jemand noch was zu trinken für mich, irgendwas? ich hab gar nix mehr da Beeren wenn wir zur Höhle kommen, gibt es zu trinken ok weil da ist ja die Höhle und da unten drunter war ja Wasser guck hier nochmal in die Spalte aber hier ist auch nix jetzt zeigt er nämlich wieder an du hast kein Oxid ich hab keins also kein Zeuch zeig das mir wieder an abbauen äh ärgerlich tatsächlich genauso hm tja, verzweifelte Suche nach Oxid nach äh äh exotics ich muss was trinken leider gescheitert ja mir ist glaube ich nicht drum rum noch mal dahin zu fliegen ja ist tot das ärgerliche ist ja wirklich weil prinzipiell hat die Mission ja funktioniert nicht viel Schaden vielleicht findest du halt mehr Oxid auf der Map wenn du wenigstens einmal da warst und schon einmal was gefunden hast da unten kann sein tja ich komm hier irgendwo nicht wo boah das war ich auf dem letzten Strich dass ich jetzt Wasser getrunken habe also ich hab schon Verlust so jetzt habe ich ich weiß noch nicht ob ich hier wieder rauskomme aber naja ich meine sonst werde ich gestorben wenn ich jetzt nicht getrunken hätte ja fünfmal Fleisch habe ich noch was ist hier ich habe eine bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020